Ich weiß nicht, was genau was ist, wie man das genau nennt? Deutschland. Nee, nee, es sind schon Leute, die das wirklich gelernt haben, die zur Schule gegangen sind, die zur Uni und das gelernt haben. Germanisten. Und das eigentlich so unterrichten, so in diesen Universitäten. Das ist auch kein Lärm. Raus, die kommen halt hier an Bord. Ja, das ist ein Mensch. Wir bringen halt unseren nicht-deutschsprachigen Mitarbeitern, wenn sie möchten. Wo gemerkt? Deutsch frei. Ach, die müssen nicht? Nee, sie müssen nicht. Weil das ist ja Freizeit. Ja. Der Bord hier, der lebt hier an Bord. Aber es ist nicht eh, der ist okay. Ich muss rechnen, oder? Er senkt. Ich glaube, die lernen das dann. Ja, sie müssen es aber nicht. Sie müssen nicht Deutsch lernen, sie können aber. Und der Unterschied ist aber halt, um die Uni das ein bisschen als Anreiz, wenn sie, desto besser sie Deutsch sprechen können, da gibt es halt verschiedene Level, desto mehr Geld können sie auch verdienen. Und desto höher können sie halt auch ihre Position begleiten, weil wir haben ja auch zum Beispiel...